Hallo, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphil kann sich in alles verwandeln. Los geht's! Das ist Robo-Freeze, ein verbrechenbekämpfender Roboter, der aussieht wie Officer Freeze. Also der Typ sieht ja spitze aus. Robo-Freeze kann auf drei Arten reagieren. Gar nicht, gemäßigt und rigoros. Führen wir das einfach mal vor. Mila, schmeiß doch mal Abfall auf den Boden. Bitte, heben Sie den Müll auf. Morphil, verwandle dich in eine Greifzange. Morphil, mach, mach! Danke, du bist eine gute Mitbürgerin. Lasst mal sehen, wie er bei rigoros reagiert. Achtloses Wegwerfen ist die Krankheit. Ich bin das Heilmittel. Sie sind festgenommen. Was soll das denn? Lass mich runter! Ähm, also vielleicht war rigoros doch etwas zu rigoros. Morphil, wir müssen Robo-Freezes Schalter auf gar nicht umstellen. Folg mir! Sehr gedanken. Sie sind festgenommen, da sie den Rasen plattreten. Aber ich lief doch gar nicht auf dem Rasen. Sie hatten es aber vor. Hä? Morphil, drück seinen Schaltknopf. Robo-Raketenrucksack aktiviert. Morphil, verwandle dich in einen Superheldenanzug. Morphil! Morph, Morph! Und los! Schneller, Morphil! Er ist zu schnell, Morphil. Wie fängt man einen Polizisten bloß ein? Indem man ihn anlockt mit ganz vielen Verbrechen. Ihr Kran ist zu laut. Sie sind festgenommen. Ich werfe jetzt Müll auf den Boden. Sie verbleiben im Fahrzeug, Bürgerin. Ich komme wieder. Da kommt er! Morphil, verwandle dich in ein Polizeiauto. Morphil! Morph! Ah! Ah! Nicht fallen lassen. Sie sind festgenommen. Zuerst müssen sie mich mal fangen. Robo-Fries gefangen! Lass mich hier raus. Festgenommen wegen zu rigoroser Rigorosität. Also, dass ich mich mal selbst verhaften würde. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Selbstverständlich nicht leer! Ich mache mich nicht mehr. aber ich mich mal selbst verhaften. Vielen Dank.